Hallo, hier ist der Martin von Wannimankies, das ist die DAX-Anlöse für Dienstag, den 23.04.2024. Heute nochmal mit Ersatzmikrofon, notgedrogenermaßen. Daher nicht wundern, wenn die Tonqualität einer anderer wie gewohnt ist. Unser DAX hat, ja, jetzt kann sich der ein oder andere vielleicht auch denken, was das Titelbild gestern war. Braucht halt eine Überleitung für das Titelbild. Das passt natürlich jetzt auch besser zusammen mit dem Feuerzeug, was wir gestern hatten. Rakete gestartet. Unser DAX hat den Zündfunken angenommen und hat jetzt hier die, wir hatten gesagt, das kann durchaus auch als Initiator dienen, hier mal die Auflösung von diesem bullischen Muster anzugehen. Und momentan sieht das ganz gut aus. Ich muss sagen, momentan sieht das ganz gut aus, weil zu zuversichtlich darf man wahrscheinlich nicht sein. Das ist nicht das erste Mal, dass wir versuchen, dieses Muster zu lösen. Das ist schon das zweite Mal. Man sagt ja so schön, alle guten Dinge sind drei. Deswegen bin ich gespannt, wer sich denn nun anstellt, wenn wir nämlich die Abwärtstrendlinie nun korrigieren auf dies. Also wir haben gesehen, der Markt hat sich auf jeden Fall an der alten Trendlinie orientiert, ja. Hat sich dort zunächst abgestoßen, wollte zurück ins Gap und man hat eben diesen Gap-Kloss verwehrt. Das ist insofern wichtig, weil so ein offengelassenes Gap immer ganz gut drücken kann, um die oberen Ziele zu erreichen. Wir hatten ja hier die 8,50 als Trendplanter und dann hat man gesagt, drüber geht dann Platz auf bis 9,80 und auch 18,80, 18,30. Das sind alles schöne Stationen jetzt, von daher dürfte es sehr interessant werden, wie unser DAX nun damit umgeht. Und ob er sich jetzt hier vom nächsten Trendpunkt hier auch, ich sage ich mal, weiter durchgebissen kriegt. Kriegt er sich weiter durchgebissen? Wird sich hier durchaus, ich glaube, das hat man auch gestern schon gesagt, die 18,100 mit anpeilen. Das wäre eine schöne erste Anlaufstelle, aber ich würde noch nicht zu viel Zuversicht reingeben, dass das jetzt hier auf ein neues Allzeithoch hinausläuft. Theoretisch haben wir ein Trendfortsetzungsmuster, löst das Trendfortsetzungsmuster, setzt sich ein Trendfort. Also es wäre jetzt nicht verkehrt, auf einen Allzeithoch zu zielen, aber rein saisonal betrachtet würde ich eher erwarten, dass er sich hier in die 300, 200, 400 irgendwie reinlegt und dann doch nochmal zurückstoßt. Und wenn im Fall der Fälle erzündet das schon ein bisschen eher, wie zum Beispiel von 18,100. Dann sollte man dann aufpassen, dass man ihm zu früh in den Leim geht. Er ist stark zeitwärtsorientiert, er ist oft stark wieder hochgekommen, aber wurde auch immer wieder dynamisch nach unten verhauen. Das ging jetzt schon die ganzen letzten Wochen so. Grundsätzlich kann der Markt sich verändern, wenn wir in die Auflösung dieses Musters gehen. Das wäre dann hier der Fall, wenn wir jetzt über der 17,89 raussteigen. Aber das muss man auch sehen. Wir müssen wirklich sehen, dass der das anders macht, wie die letzten Male. Ich finde, es sieht schon ein bisschen anders aus, aber ich würde es trotzdem noch nicht zu früh feiern wollen hier, schon als erfolgreichen Ausbau, weil das ist es ja noch nicht. Er hat jetzt die erste Trendlinie absolviert, aber die nächste steht jetzt direkt dran und hat sich ausgetobt. Soll er nämlich hier zu Dolder wieder zurückkommen, haben wir natürlich jetzt unten den Gap-Klos als Ziel. Also die 27, die bleibt da jetzt stehen, die ist nun fest reingeritzt. Und wenn er sich dann hier verschluckt, ich stehe er schnell wieder bei 27 und dann nimmt er den ganzen Anstieg schon wieder völlig die Fahrt raus. Dann wird das wieder irgendwas anderes werden. Also so gesehen möchte ich oder müsste der DAX eigentlich sich am Dienstag zügig wieder über die 17,89 drücken. Gelingt ihm das und er kann den Bereich nach oben hin halten, darf man mit einer 18,100 schon rechnen. Bei 18,30 liegt noch ein offenes Gap, glaube ich. Und dann 18,100 wäre dann die nächste, du bist dann auch wieder in die alten ganzen Marken rein. Soweit die Guidance oben. Unten wäre die 8,80 jetzt ein guter Support, von oben kommt, könnte sich quasi, wenn er nochmal Schwung holen will am Dienstag früh, könnte sich auf die 8,80 stoßen und dann wieder aufdrehen. Sollte unter 8,80 zurückgehen, hätten wir dann erst bei 800 wieder was und dann eben bei 27. Das heißt, so gesehen könnte man sogar, wenn man es ein bisschen aggressiver angehen will, unter 8,80 den Kerl auf der Shortseite bedienen. Wäre aus der Perspektive gar nicht verkehrt, weil er ist hier theoretisch noch im Abwärtstrend. Und wenn er sich da nach einer Erholung wieder abdreht, wäre das sogar erlaubt, nur die 27 als erstes Teilziel zu nehmen und als zweites Ziel ein neues Tief. Rein theoretisch. Würde ich jetzt nicht machen, ich persönlich nicht, weil er mir zu dynamisch hier unten drin steht. Das riecht für mich zu sehr nach Korrekturabschluss, wie wir es gestern gesagt haben. Aber rein nach der Theorie, Trendfortsetzung und so weiter, also kurzfristiger Trend, kann man das so machen. Kommt aber dazu, es ist ein korrektives Muster, es ist eine korrektive Bewegung, muss man da auf eine Trenddynamik anspielen. Also ich würde es glaube ich nicht machen. Ich würde, wenn er runter geht, ich würde mir die 8,80 angucken, ob ich da vielleicht einen Long handeln kann. Wenn er schön auftritt und er drückt sich von dort hoch, könnte ich mir vorstellen einen Long zu handeln. Dann sehe ich, das wird nichts, der geht durch. Könnte ich mir sogar auch vorstellen, unter 8,80 Short zu boomieren, Richtung 800. Und dort dann mir erstmal die Position abzusichern und einen kleinen Rest liegen zu lassen für den Fall, er will noch bis zum Gap-Close runter. Aber dann würde ich meinen Short auch erstmal bei 27 erstmal wieder einstampfen. Rechnen wir dann schon mit einer Gegenbewegung. Erwarte aber ja eigentlich eher, dass wir oben rausgehen. Also ich sehe ihn schon fast eher an der 18,100 als am Gap-Close zum Dienstag. Na, gucken wir mal, was es draus wird. Aber wir haben schöne Bereiche, schön absteckbare Ziele. Da sind auch gut ein paar Punkte dazwischen. Da ist auch nicht so schlimm, wenn man vielleicht den Start verpennt hat, kommt man auch so wahrscheinlich noch gut rein. Unsere Lisa, die ist heute auch ein bisschen später losgeschickt worden. Waren ein paar Punkte zu spät dann. Ich glaube sogar zu hoch drin. Aber hat trotzdem geklappt. Trotzdem ein Tech-Power wird reingekommen. Und von daher sind schöne Strecken jetzt hier. Schöne Bereiche, schön weit auseinander. Nicht so verscharrert. Es lässt sich eigentlich schön traden. Ja, gut. Okay, also ich mache jetzt hier zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.